Herzlich Willkommen beim HistoTrainer. Wir möchten dir heute die Histologie des Magens näher bringen. In diesem Video zeigen wir dir die lichtmikroskopisch erkennbaren Strukturen des Magens in der Standard-HE-Färbung und am Schluss gehen wir noch kurz auf die Organe ein, mit denen man den Magen bei der Organdiagnose verwechseln könnte. Hier siehst du ein HE-Präparat, der Wand des Magenkorpus. Die Wand zeigt die vier Schichten des Verdauungstrakts. Von innen nach außen sind das die Schleimhaut, auch Tunica mucosa genannt, die Tela submucosa, die kräftige Tunica muscularis aus eosinophiler Muskulatur und die Tela subsirosa, die ganz außen von der Tunica serosa abgeschlossen wird. Starten wir mit der Tunica mucosa. Sie besteht aus drei Schichten. Der Lamina epithelialis aus Oberflächen und Drüsenepithel, darunter der Lamina propria, in der das Drüsenepithel liegt und schließlich der Lamina muscularis mucosae. Diese suchen wir auch zuerst auf, da sie die untere Grenze der Mucosa bildet und somit bei der Orientierung hilft. Die Lamina muscularis mucosae ist eine bandfarmige Struktur aus glatter Muskulatur. Passend dazu sieht man rot gefärbte Fasern und stellenweise die länglichen Kerne der glatten Muskelzellen. Innen angrenzend sieht man das Bindegewebe der Lamina propria. Du erkennst es daran, dass hier zahlreiche runde Kerne von Immunzellen sowie terminale Verzweigungen von Blutgefäßen vorkommen. Du siehst aber schon, dass man von ihrem Bindegewebe selbst insgesamt nur sehr wenig sieht, denn stattdessen liegen die Drüsenschläuche dicht an dicht gedrängt. Lass uns nun mal einen Blick auf das Epithel werfen. An das Magenlumen grenzend findet man ein einschichtiges zylindrisches Epithel. Man nennt es das Oberflächenepithel des Magens, obwohl es streng genommen auch ein Drüsenepithel ist. Denn es besteht aus blassen zylindrischen Zellen, die Schleimstoffe, sogenannte Muzine, auf die Oberfläche abgeben. Die Muzine werden übrigens in der HE-Färbung kaum angefärbt, sodass das Zytoplasma der Zellen hellblass aussieht. Dadurch heben sich die dunklen Zellkerne am basalen Zellpol deutlich ab. Die Muzine, im Magen vor allem vom Typ 5ac und Typ 6, haben eine protektive Funktion. Sie schützen das Epithel vor der Salzsäure und den proteolytischen Enzymen des Magensafts. Das Oberflächenepithel hat regelmäßige Vertiefungen in die Lamina propria. Diese Vertiefungen nennt man Foveole gastricae oder Magenrübchen. Hier siehst du beispielhaft drei Längsschnitte durch solche Foveole. Im Querschnitt sehen die Magenrübchen übrigens so rundlich aus wie hier. In ein Magenrübchen münden jeweils mehrere der schlauchförmigen Drüsen, die vom Drüsenepithel gebildet werden. Die verschiedenen Magenabschnitte haben übrigens unterschiedliches Drüsenepithel. Im Magenfundus und Korpus sehen die Drüsen aus wie in diesem Präparat. Dass die Drüsen in der Pars Cardiaca und der Pars Pylorica anders aussehen, zeigen wir dir auch gleich noch. Erst wollen wir uns aber die hier vorliegenden Magendrüsen vom Korpus- und Fundestyp mal näher anschauen. Eine einzelne Drüse hat die Form eines langen Schlauches, im lateinischen tubus, weshalb man sie auch als tubulöse Drüse bezeichnet. Dieser Drüsenschlauch wird von vielen Drüsenepithelzellen ausgekleidet. Im Schnittpräparat sieht das natürlich nicht so geordnet aus. Weil die Drüsen so tief sind, gleichzeitig aber auch nicht vollständig gerade verlaufen, wird eine Einzeldrüse nur selten über ihre ganze Länge angeschnitten. Stattdessen findet man unvollständige Längsschnitte oder aber auch Querschnitte durch die Drüsen. Das Drüsenepithel enthält drei unterschiedliche Typen von exokrinen Zellen. Das Vorkommen dieser Zelltypen variiert je nach Drüsenabschnitt. Im unteren Drüsenteil, man nennt ihn auch den Hauptteil, liegen bezeichnenderweise die meisten der sogenannten zylindrischen Hauptzellen. Ihre runden Zellkerne liegen meist am basalen Zellpol. Ihr Zytoplasma färbt sich in der HE-Färbung dunkelblau bis lila an, sie sind also basophil. Diese Basophilie entsteht durch den hohen Gehalt an rauhem endoplasmatischem Reticulum. Das ist Ausdruck der hohen Proteinsynthese der Hauptzellen. Sie sezernieren nämlich die Pepsinogene, das heißt die Vorstufen der Proteinspaltenden Enzyme für die Verdauung. Den zweiten exokrinen Zelltyp, die Parietalzellen, findet man besonders häufig im oberen Teil der Drüse, im sogenannten Drüsenhals. Parietalzellen sind alle diese großen, runden bis polygonalen Zellen. Sie haben zudem relativ große Kerne, die meist zentral in der Zelle liegen. Deswegen sagt man manchmal auch, dass die Parietalzellen ein Spiegelei-artiges Aussehen haben. Und tatsächlich, wenn man eine etwas geringere Vergrößerung benutzt, fallen dir sicher auch gleich die Parietalzellen auf, die wie unzählige kleine Spiegeleier zwischen all den dunkleren Hauptzellen liegen. Zudem siehst du hier auch noch einmal sehr deutlich, dass die oberen Drüsenteile inklusive des Drüsenhalses eine besonders hohe Dichte an Parietalzellen haben, während die unteren Drüsenteile eher von basophilen Hauptzellen eingenommen werden. Das Zytoplasma der Parietalzellen färbt sich rötlich an, ist also eosinophil. So wie hier beispielhaft gezeigt, kann die Eosinophilie der Parietalzellen je nach Gewebezustand auch noch stärker ausfallen. Die Eosinophilie entsteht übrigens durch den hohen Mitochondrien-Gehalt der Parietalzellen. Der wiederum ist Ausdruck ihres enormen Energieverbrauchs. Denn mit ihren ATP-verbrauchenden Protonenpumpen sorgen sie für die Salzsäure-Sekretion des Magens. Zudem sezernieren sie den Intrinsic-Faktor für die Vitamin-B12-Resorption im terminalen Ilium. Lichtmikroskopisch wirken die Parietalzellen irrtümlicherweise oft so, als ob sie gar keinen Kontakt zum Inneren eines Drüsenschlauchs hätten. Und so als wären sie nur außen angelagert. Zudem wölben sie sich basal manchmal etwas in die Lamina propria vor. Deshalb werden die Parietalzellen oft auch Belegzellen genannt. Den dritten exokrinen Zelltyp, die Nebenzellen, findet man hauptsächlich im Drüsenhals. Die Nebenzellen sind in der Regel apikal ein wenig breiter als basal. Ihr Zellkern ist flach und an den basalen Zellpol gedrängt. Er sieht daher oft sichelartig aus. Die Nebenzellen haben ein ähnliches helles Zytoplasma wie das Oberflächenepithel, da auch sie magenprotektive Muzine bilden. Neben den exokrinen Zellen kommen in den Magendrüsen auch enteroendokrine Zellen vor. Diese kann man im HE-Präparat aber nicht so gut sehen. Zur Darstellung werden eher immunhistochemische Färbungen genutzt. Dabei verwendet man mit braunem Farbstoff gekoppelte Antikörper, die jeweils das zellspezifische Hormon binden, beispielsweise Gastrin in den G-Zellen. Okay, schauen wir uns als nächstes die Drüsen in der Pars pylorica des Magens an. Sie sind deutlich einfacher aufgebaut, denn hier findet man nur einen Typ von Drüsenzellen. Dies sind Mozinöse, also Mozin bildende Zellen. Daher erscheint auch ihr Zytoplasma sehr blass und sieht somit ähnlich hell aus wie das der Oberflächenepithelzellen. Die Drüsenschläuche verlaufen hier weniger gerade, sondern stärker gewunden. Daraus resultieren viele kurze, eher rundliche Anschnitte der Schläuche. Zudem haben sie ein deutlich größeres Lumen, als wir es bei den Drüsen vom Korpus- und Fundustyp vorgefunden haben. Ein weiteres typisches Merkmal der Pars pylorica sind die verhältnismäßig langen Foveole gastricae, oberhalb der eigentlichen Drüsenkörper. Die Drüsen der Pars cardiaca, die sogenannten Cardia-Drüsen, sind der dritte Drüsentyp des Magens. Diese haben große Ähnlichkeit mit den zuletzt gezeigten Pylorus-Drüsen, denn auch hier findet sich in den Drüsen nur ein Typ muzinöser, blasser Zellen. Und die Cardia-Drüsen haben ebenfalls relativ weite Lumina. Die Telasubmucosa, kurz Submucosa, besteht aus lockerem Bindegewebe mit Fibroblasten. Es enthält viele Anschnitte größerer Blut- und Lymphgefäße. Darüber hinaus kannst du auch hier vegetative Nerven des Plexus submucosus finden. Teil dieses Plexus sind auch Ganglienzellen, also vegetative Neuronen. Ihr typisches Aussehen zeigen wir gleich noch beim Plexus myentericus. Der Plexus submucosus nimmt Einfluss auf die Sekretion und Durchblutung der Magenschleimhaut. Im ungedehnten Zustand des Magens werfen Submucosa und Mucosa stellenweise übrigens solche Längsfalten auf. Diese sind sogar makroskopisch sichtbar und werden Plique gastrique genannt. An die Submucosa grenzt außen die rot gefärbte Tunica muscularis, kurz muscularis, aus glatter Muskulatur. Die äußerste Muskelschicht, das sogenannte Stratum longitudinale, verläuft von Cardia in Richtung Magenpförtner. Ihre Muskelbündel erscheinen hier rundlich bis oval, da sie schräg bis quer angeschnitten wurden. Weiter innen findet man das Stratum zirkulare, also eine Ringmuskelschicht, deren Bündel hier längs angeschnitten sind. Im Korpus- und Fundusbereich des Magens gibt es ganz innen zusätzlich eine Schicht schräg verlaufender Muskelfasern, die sogenannten Fibre oblique. Eine weitere Besonderheit der Tunica muscularis findet sich am Magenausgang. Dort verdickt sich nämlich die Ringmuskelschicht zum Musculus sphincter Pylori. Zwischen Ringmuskel- und Längsmuskelschicht liegen die Ganglienzellen des Plexus myontiricus zur Regulation der Muskelbewegungen. Du erkennst die Ganglienzellen an ihren großen basophilen Zellleibern und den auffällig großen Zellkernen. Die Kerne haben ein prominentes Kernkörperchen, einen sogenannten Nucleolus, sodass die Kerne oft wie kleine Augen im Präparat aussehen. Okay, kommen wir nun zu den äußersten Schichten des Magens. Da der Magen vollständig intraperitoneal liegt, besitzt er eine Tunica cirrhosa und eine Tela subsirrhosa. Die subsirrhosa besteht aus lockerem Bindegewebe und erscheint etwas weniger eosinophil als die weiter innenliegende glatte Muskulatur. Ganz außen wird der Magen dann vom einschichtigen Plattenepithel der Cirrhosa bedeckt. Du siehst hier hauptsächlich die Kerne dieser flachen Zellen. Dieses Präparat enthält zusätzlich einen Anteil von weißem univakuulärem Fettgewebe und das gehört zum Omentum majus, welches größere Magenarterien wie die Arteria gastro-oomentalis dextra und sinistra enthält. Okay, nun wollen wir einmal kurz die Charakteristika der Magenregionen zusammenfassen. Die Drüsen der Parscardiaca haben nur einen Typ blasser mozinöser Zellen. Die Drüsen sind relativ stark verzweigt und weitlumig. Unter Umständen kann mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel vom gastro-oesophagialen Übergang zu sehen sein. Der Korpus- und Fundusbereich des Magens hat jeweils sehr lange Drüsenschläuche mit kaum sichtbarem Lumen. Die Drüsen besitzen drei exokrine Zelltypen, darunter zum Beispiel die auffälligen großen und eosinophilen Parietalzellen. Die Parspylorica zeigt wie die Cadia ebenfalls nur Drüsen aus blassen mozinösen Zellen. Zudem sind die Foveolegastrike hier besonders tief. Außerdem zeigt die Parspylorica eine besonders breite innere Ringmuskelschicht verglichen mit der eher unauffälligen äußeren Längsmuskelschicht. Dort verdickt sich nämlich die Ringmuskelschicht zum Musculus sphincter pylori. Bei der Organdiagnose besteht durch den großteils gleichen Wandbau Verwechslungsgefahr mit dem Duodenum und dem Dickdarm. Die Parspylorica und Parscardiaca könnten durch ihre mochösen Drüsen mit dem Duodenum und seinen ebenfalls mochösen Brunnerdrüsen verwechselt werden. Beim Magen liegen diese Drüsen aber immer nur in der Lamina propria, also oberhalb der rotgefärbten Lamina muscularis mucosae. Beim Duodenum können die Drüsen zwar auch gelegentlich bis in die Lamina propriae reichen, aber der Großteil von ihnen liegt immer in der Submucosa, also unterhalb der Lamina muscularis mucosae. Du kannst dir merken, beim Magen ist die Submucosa dagegen stets komplett drüsenfrei. Eine weitere Stolperfalle sind die Krypten des Dünndarms, die an Foveole gastricae erinnern können. Allerdings gibt's im Dünndarm zusätzlich zu den Krypten auch noch Zotten, die sich als Ausbuchtungen der Lamina propria über das restliche Schleimhautniveau erheben. Außerdem kommen im Dünndarmepithel auch diese blassen, bauchigen Becherzellen vor. Im Magenepithel fehlen Becherzellen, hier ist das Oberflächenepithel einheitlich blass gefärbt. Auch beim Dickdarm besteht die Gefahr, die Krypten mit den Foveole gastricae zu verwechseln. Im Dickdarm ist die Dichte der Becherzellen aber in der Regel sogar noch höher als im Dünndarm. Dadurch kann man es einfacher vom einheitlich-mozinösen Magenepithel abgrenzen. Zudem liegen in der Lamina propria des Dickdarms nur die Krypten selbst und keine zusätzlichen Drüsenkörper, wie es im Magen der Fall ist. Dadurch erscheint die Lamina propria im Magen insgesamt breiter als in der Dickdarmschleimhaut. So, das war die Histologie des Magens. Wir hoffen, Du kannst mit ein bisschen Übung auch beim selbstständigen Mikroskopieren alle gezeigten Strukturen wiedererkennen und benennen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst, Deine Ambas-Redaktion. Wenn Du selber das Mikroskopieren dieses Organs oder vieler weiterer Organe wiederholen und üben möchtest, kannst Du Dir in unserem Shop das Smart Zoom-Paket von unserem Kooperationspartner für die virtuelle Mikroskopie dazu buchen. Damit lassen sich histologische Präparate mit dem Computer oder Tablet auch von zu Hause aus ganz einfach selber mikroskopieren. Viel Erfolg!